Starten Sie Ihre Schaltschrankplanung in Ihrem gewohnten eCRD-System oder direkt im WMC. Übergeben Sie Ihre Daten anhand von Schnittstellen an unseren WMC. Nutzen Sie das Produktbeziehungswissen des WMC, um Zubehör automatisch zu ergänzen. Die Anfrage können Sie direkt aus dem WMC verschicken. Das Angebot erfolgt in wenigen Minuten vollautomatisch. Die Artikelnummer ist sofort bestellbar. Profitieren Sie von dem Angebot in wenigen Minuten, der Bestellung ab ein Stück und einer verlässlichen Lieferzeit, die Sie schon in Ihrer Planungsphase festlegen können. Mit Configure-to-Order wählen Sie Ihren gewünschten Service-Level aus. Sie geben die Lieferzeit vor und entscheiden sich damit für ein Sortiment. Wählen Sie eine Tragschiene für Ihre Klemmenleiste. Wählen Sie Ihre Klemme aus. Nutzen Sie die Tastenkombination zur Mehrfachplatzierung von Klemmen. Konfigurieren Sie Ihre Klemmenleiste. Freiraum- oder Fremdkomponenten können Sie über Platzhalte einfügen ergänzen. Die Länge der Tragschiene legen Sie mit Tragschienenbearbeitung fest. Der Prüfassistent zeigt Ihnen Fehler oder fehlendes Zubehör an. Alle Fehlermeldungen werden im Prüfassistenten aufgezeigt. Über Automatisch beheben werden alle Fehler behoben und fehlendes Zubehör wird hinzugefügt. Markieren Sie Ihre Klemmenleiste. Der Name Ihrer Konfiguration wird zum Produktnamen bei Weidmüller. Sollten Sie mehrere ähnliche Konfigurationen haben, können Sie diese kopieren. Fügen Sie Querverbindungen ein. Klemmen werden transparent dargestellt, Querverbindungspunkte in Grau. Pole entfernen Sie mit Doppelklick. Fragen Sie die Klemmenleiste direkt bei Weidmüller an. Ihre angegebenen Daten erscheinen in dem Angebot. Hier sehen Sie alle Servicelevel, die mit Ihrer Konfiguration möglich sind. Ab jetzt zählt die Zeit. In wenigen Minuten erhalten Sie von uns Ihr Angebot. Innerhalb von Sekunden erhalten Sie von uns eine Eingangsbestätigung zu Ihrer Anfrage. Täp ein naught aus. Wo rapp Tipstelle ist frei. Okay, ich hole mal! Hier sehen Sie das. Vielen Dank.